Ihr könnt ja auch mal schreiben, wie ihr die Grafik so findet. Also ich habe diese Grafikeinstellungen jetzt auf, ja die sind relativ hoch jetzt bei mir eigentlich, weil ich ja nur auf 720p spiele und ich spiele auch auf 60fps, aber das seht ihr natürlich nicht, oh Gott was ist das denn für ein Weg hier, ach hier sind wir schon.